Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Oh Mann, das hört sich nach einem guten Titel an. Ich glaube, ich werde das benutzen. Aber trotz allem, Bitcoin, oh mein Gott. Wir dachten, wir gehen zum Mond jetzt und nein. Und jetzt sind wir wieder hier hochgekommen. Und wisst ihr was? Ehrlich gesagt, als ich mir das hier so angesehen habe, da dachte ich mir, es gibt schlechte Nachrichten hier, schlechte Nachrichten. Und wir werden darüber reden in der heutigen Sendung und viel mehr. Also geht sicher, dass ihr dran bleibt und wenn ihr das traden wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr rüber geht zu bybit.davincij15.com. Links sind in der Beschreibung, einfach zu finden und auch in den Kommentaren. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Das Wochenende war einfach nur wild. Wir gingen hoch, wir gingen runter und drunter. Es wirkt so, als ob wir Bitcoin einfach nicht nach oben kriegen und dass es zum Mond geht. Es wird einfach nur nach unten und es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, aber es gibt einen positiven Aspekt und wir werden darüber reden. Und genauso werden wir auch über Ethereum reden, was Ethereum macht und wir werden versuchen rauszufinden, was wir traden können in der nächsten Zeit. Also geht sicher, dass ihr das Video bis ganz zu Ende schaut. Drückt, gefällt mir, abonnieren und die Glocke. Und denkt dran, dies ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt riskiert. Okay, also lasst uns weitergehen zu den Charts. Oh Mann, wenn ich mir das ansehe, 1, wenn ich mir das ansehe, 2, wenn ich mir das ansehe, 3, wenn ich mir das ansehe, 4, wenn ich mir das ansehe, 5. Das sind 5 Berührungspunkte auf dem Boden. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir weiterhin den Boden so hämmern, die Käufer werden aufgeben. Die Leute, die da kaufen, auf diesen 5 Punkten hier, die werden sagen, okay, also ihr wollt den Preis niedriger runterdrücken, bis zu den 25.000 Dollar? Okay, ich werde da kaufen. Okay, also das ist die Situation, in der wir gerade stecken. Und das sieht nicht sehr gut aus, wenn wir umdrehen und den 30.000 Dollar Bereich wieder treffen. Und ich habe euch schon gesagt, ich meine vor einer ganzen Weile schon, dass auch hier oben haben wir immer noch eine 60% Chance, dass wir nach unten gehen. Und eine 40% Chance nach oben, und das ist immer noch so. Und das wird jetzt sogar noch schlimmer. Ich würde sagen, wir müssen den Prozentsatz jetzt verändern, dass wir nach unten gehen, der Prozentsatz ist vielleicht bei 70%. Mit dem fehlenden Bullish Mustard, den wir hier auf Bitcoin bekommen. Also eigentlich müssen wir sagen, der Trend ist dein Freund, bis zum Ende, und das ist noch nicht das Ende. Also wir haben noch keinen Wendepunkt gesehen, überhaupt nicht. Und der Volumen, ich dachte, wir haben etwas Volumen, aber die einzigsten gute Nachrichten, die ich für euch habe, wenn wir am Ende hier oben enden, um die 40.000 Dollar, bevor wir die 30.000 Dollar brechen, dann wird das hier brechen. Ich glaube, die Bären sind einfach müde, sie können das nicht mehr halten, diesen Druck hier nach unten, dann sind sie weg, dann werden sie weg sein. Aber, wir müssen erstmal da hochkommen. Das ist das Problem. Und ja, das sieht nicht so aus, als ob wir das tun könnten. Es wirkt so, als ob wir nicht genug Dampf haben, um uns da hochzudrücken. Also, das Einzige, was wir machen können, sind Shorts. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Shorten. Wir können sehen, dass das hier eintrifft. Und das sieht nicht gut aus. Das ist nicht das Schönste, was jetzt eintreffen kann. Und niemand möchte abwärtsbewegende Märkte sehen. Wir möchten alle Party machen, wenn die Märkte nach oben gehen. Aber du kannst in beide Richtungen Geld machen, wenn der Markt nach unten geht oder nach oben. Und das ist einfach so. Ihr müsst es gehen lassen und Short gehen. Wenn wir runtergehen auf die niedrigeren Zeitebenen, um zu sehen, ob du auf einen Short einspringen kannst. Also, es gibt nichts Bestimmtes auf den längeren Zeitebenen, aber es gibt sehr viel, sehr viel Information hier. Weil alles, was wir sehen, sind M's überall. Ohne Ende, M's. Und also, ihr könnt sehen, Ups, dass es einfach nur ein Blutbad-Territorium ist hier, in das wir gerade hier reinkommen. Und nicht sehr viel Positivität, die wir hier verbreiten können. Überhaupt nicht. Und wir können die Ausbruchspunkte von diesen M's sehen hier. Und ihr könnt sehen, dass die Ziele nicht sehr groß sind. Also, keine großen Ziele auf diesen Shorts hier. Aber wisst ihr, ihr könnt wenigstens kleine Portionen aus dem Markt nehmen, hier und da. Und das ist, was man möchte, oder? Und das ist, was wir hier auch sehen. Hier und da mal ein bisschen Profite, um zu versuchen, das nach unten zu kriegen. Okay, also, du wurdest verbrannt auf diesen Long hier. Diesen letzten Trade, der war ein Long. Und wisst ihr, das ist einfach, wie es funktioniert. Und wie der Markt rollt. Und ihr müsst verstehen, dass ihr nicht immer garantieren könnt, dass das funktionieren wird. So, wie man sich das vorspielt. So, wie diese Trading-Setups funktionieren. Manchmal funktionieren sie. Wie ihr sehen könnt, dieses W, das hat perfekt funktioniert. Es hat dich hier etwas erschreckt. Und dann ist es nach oben gegangen. Und ja, manchmal funktioniert es halt nicht. Und deswegen müsst ihr sicher gehen, dass ihr eine genaue Strategie habt. Und dass ihr vorsichtig seid, wie viel ihr setzt auf den Short und wie viel auf den Long. Und setzt nicht zu viel und wettet alles auf einen bestimmten Trade. Das ist das Schlimmste, was du machen könntest. Benutzt immer richtiges Geldmanagement. Benutzt immer 5%, was du eingezahlt hast, auf deiner Exchange. und was du noch über hast. Also, wenn du bei Bybit was einzahlst, hier, bei Bybit.davincij15.com und du öffnest ein Konto, macht sicher, dass ihr das tut. Wettet nur 5% von dem, was du auf deinem Konto hast. Also, wenn du einfach nur den Deposit-Bonus nimmst und den einfach nur drinnen lässt, dann trade mit dem und nur 5% von dem solltest du benutzen zur gleichen Zeit oder auf irgendeine bestimmte Wette. Dann wirst du immer Geld überhaben, um nächsten Tag wieder zu spielen. Okay. Lasst uns sehen. Da wir uns jetzt die niedrigeren Zeitebenen angesehen haben, wenn wir hier runterkommen, dann könnt ihr sehen, dass hier ein größeres M ist. Eine größere M-Formation, wenn du den Rest einfach ignorierst und dich einfach auf die Kerzenkörper konzentrierst und nicht auf die Wigs. Und dann kannst du sehen, oh Mann, ich weiß, das ist ein sehr deprimierender Moment für Bitcoin. Ohne Ende, wo du auch hinsiehst. Und jeder möchte die Preise nach oben gehen sehen. Keiner möchte die Preise nach unten gehen sehen. Weil dann verlieren wir einfach diesen Momentum. Und du verlierst die Leute, die interessiert sind, nur für den Profit, die das System nicht verstehen. Aber das ist okay. Und diese Coin gehen in stärkere Hände mit der Zeit. Also das ist einfach, wie der Markt rollt. Und kann das sich jetzt hier umdrehen und sehr viel höher gehen? Ja, es kann. Aber die Möglichkeiten, dass wir das tun, sind halt sehr gering. Und wir können sehen, dass hier auf dem RSI dass der Volumen und alles nach unten trendet. Von hier ihr könnt es auch hier sehen. Hier geht der Trend nach unten. Also nichts Aufregendes Also nichts Aufregendes auf dieser ganzen Bewegung hier und dieser Situation. Also lass uns Lass uns das so traden, wie wir das traden sollten. Und auf dem Weg Profite machen. Und es ist definitiv ein abwärtsbewegender Markt von hier. Also lass uns rübergehen zu Ethereum. Aber bevor wir rübergehen zu Ethereum, lass uns auch rübergehen auf die Bitcoin Dominanz. Und die Bitcoin Dominanz die prallt ab von meiner Trendlinie hier wie verrückt. Und diese Trendlinie ist ein sehr kritischer Punkt. Wenn wir hier durchbrechen, dann gehen wir zu den 52% ungefähr. Und lass uns das nicht durchbrechen, weil dann dann werden die Altcoins richtig doll bluten. Und deswegen derweil sie richtig heftig bluten, gibt es eine Gelegenheit, umzukaufen. Und wenn ihr sehen wollt, was ich kaufe, dann könnt ihr rübergehen zu davincij15.com und abonniert heute noch. Und dann könnt ihr sehen, was ich kaufe, wie viel ich davon kaufe und auch wie ich diese ganzen Verkaufsordern einstelle auf Coin.G und auch bei Binance. Also schaut euch das an. Wenn ihr Trades haben möchtet, und wir haben auch Lee in der Gruppe als unser Trader, der euch Trade-Vorlagen gibt. Also schaut euch das an. Und natürlich auch, vergisst nicht, ihr könnt das auch live sehen. Und dann am Ende machen wir auch noch eine Frage- und Antwort-Runde. Also geht sicher, diese ganzen Leute hier, dass ihr mir Fragen hinterlässt. Am Ende dieser Sendung at davincij15.com schreibt das hin und dann deine Frage. Und dann werde ich das beantworten. Am Ende der Sendung. Okay. Lass uns rübergehen zu Ethereum. Oh Mann, schaut euch das an. Diese monatliche Chart ist einfach nur ein Horror-Szenario, was hier eintrifft. Und das zieht uns nach unten. Und der Grund dafür ist, dass wir sogar bis zu 500 Dollar gehen könnten. Und du denkst dir, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das Problem ist, also, wir sind 100 Ex gegangen vom Boden. Haltet das in Gedanken, der Boden war weniger als 50 Dollar und wir sind bis zu 4.500 gegangen. Also ja, das war fast ein 100 Ex. Also, wenn wir nur runter zu 500 kommen, dann wäre das ein 10 Ex von letztem Jahr bis zum Boden. Also ja, das scheint so, als wäre das eine Möglichkeit hier. Es wirkt immer mehr als eine Möglichkeit, dass wir bis zu 500 Dollar gehen auf Ethereum. Hoffentlich machen wir das schnell. So schneller wir das machen, umso schneller erholen wir uns und so schneller gehen wir wieder den Weg nach oben. Je langsamer wir das machen, umso länger dauert es, dass wir uns wieder erholen. Also, lass uns hoffen, dass wir diesen Bärmarkt vorüber bekommen, so dass wir wieder einen Bullenzyklus haben können, wiedermals. Aber mit dem gesagt, der Trend ist dein Freund bis zum Ende und es ist noch nicht das Ende, bis die Fat Lady sinkt. und wir können sehen, die Fat Lady, sie sinkt, sie sinkt nicht nur, sie sinkt praktisch in den Treibsand, der, weil das versucht, über den Widerstand zu brechen. Zuerst hat es ihn durchbrochen, den Widerstand. Also das war der Widerstand hier, der jetzt Unterstützung ist und jetzt sind wir ihn durchbrochen und jetzt versuchen wir ihn wieder als Widerstand. Und die Möglichkeit, dass wir hochgehen von hier, ist weniger, ist weniger als 30%. Es ist praktisch gar nicht da und das wird nicht passieren, das ist die höhere Möglichkeit, dass wir hier durchbrechen werden, durch diese lilanen Linien hier und durch sie alle durchbrechen durchbrechen und wiedermals wir könnten bis zu 1500 Dollar gehen und dann müssen wir uns die Möglichkeiten bis zu 500 ansehen und ich denke mir, ich bin einfach nur schockiert, komplett schockiert. Okay, also, es gibt nichts, was wir machen können. Wir müssen einfach sagen, don't hate it, don't date it, just trade it. Lasst es gehen. Lasst es einfach gehen und ihr könnt sehen, sehr viele Ems hier, sehr, sehr viele Ems und wir denken uns hier, wir sterben hier, Leute, also läuft einfach weg, also läuft einfach nur weg davon und rennt um euer Leben. Absolut brutal mit Bitcoin und Ethereum und den Preisen gar nichts, um zu sagen, dass wir das überleben werden, jetzt gerade und hoffentlich hoffentlich die 1500 prallen wieder ab aus irgendeinem komischen Grund und bouncen richtig heftig und gehen einfach nur durch den ganzen Widerstandspunkten hier, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Wir müssen warten und sehen, was sich ergibt und ob es hilft, wenn wir die ganze Hoffnung einatmen und uns einen großen Gewinn gibt und einen großen Bounce und weiter drüber bricht und darüber schließt, hier oben, über den 2200er Bereich, zu viel Hoffnung, zu viel Hoffnung und das ist nicht sehr wahrscheinlich, leider, aber trotz allem, das war es von meiner Seite, das war alles, worüber ich reden wollte heute. Ich bin etwas traurig über Bitcoin, dass es nicht dahin geht, wo ich es möchte, wo wir alle es sehen wollen und das ist über den 42.000 und wenn wir darüber schließen, dann gehen wir zu 50.000 und dann bis zu 65.000 und dann wieder zurück und dann bis 100.000 und ja, werden wir dahin kommen? Werden wir zu den 100.000 kommen? Ja, das werden wir. Die federale Reserve, sie garantiert das uns und sie kümmern sich um euch, macht euch keine Gedanken, sie werden mehr Geld drucken und das ist warum Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. Danke, dass ihr geschaut habt. Ciao.